So Leute, Elton Boy ist mal wieder am Start. Heute mal wieder ein neues Fußball-Challenge-Video. Und zwar heute spielen wir Punkten bzw. rüberschießen. Wer erst da fünf Tore schießt, der hat dann gewonnen. Und heute habe ich auch einen Special Guest mitgebracht, meinen Gegner. Uno aka The Beast. Was denkt ihr, wer von uns beiden gewinnen wird? Ich denke mal natürlich ich, oder? Ich werde ihn doch zerstören. Schreibt unten einfach in die Kommentare rein. Und ja, dann legen wir auch jetzt los. Viel Spaß. Wir müssen jetzt auch entscheiden, wer den Ball bekommt und welche Seite. Deswegen machen wir jetzt Schere, Stein, Papier. Wer erst da dreimal gewonnen hat, der darf dann entscheiden, ob der den Ball nimmt oder die Seite. Fight! Schere, Stein, Papier! 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 Ja, gewonnen! Dreimal gewonnen habe ich gegen ihn. Jetzt darf ich entscheiden, was ich nehme. Natürlich nehme ich den Ball. Was nimmst du? Ja, die Seite. Ich nehme die. Ich nehme die. Ich nehme meine. Fire! Ah! Und safe. Verhalten. Wir fahren mal gleich. Ach. Und, ach. 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 Nix! Nix! Ey, Leute, ich weiß nicht, wo der gelandet ist, aber er kann jetzt erst mal suchen. Schaut zu. Gehen wir langsam? Ja genau, da ist er. Der ist hier! Der ist hier! Der ist hier! Das war der linke Flanker. Das war nur Glück. Wartet ab. Ich zerstöre ihn. Ich bin das Biest. FATALITY FATALITY Oh nein! Oh nein! Oh nein! FATALITY 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 Oh, wow, wow, wow. Also das Spiel ist schon ein bisschen mit Tempo drin und intensiv. Ich muss ein bisschen mehr Gas geben. Und O0 aka The Beast zerstören. Der Ball will nicht zu dir. Taktik, Taktik. Leute, das war nicht geplant. Das war definitiv nicht geplant, dass er da rüber geht. Der hat ja fast die Fluglinie von Lufthansa, Mensch. Nein! Also es wird doch langsam Zeit, dass ich das nächste Tor schieße gegen O0. Jawoll! Ich werde ihn nochmal auseinandernehmen. 3-0. No excuse. Ging O0. Scheiße schießt der Doll, Alter. Ja! Ja! Da nicht noch eine Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah. Ah! Dropkick! Hey! Leak! 5-1 gegen Ono, aka The Wies gewonnen! So, ich glaub mal, jetzt kommt die Bestrafung oder Arschabschrumpf bei Ono? Oder? Haben wir nichts ausgemacht? Wollt ihr Arschabschrumpf bei ihm sehen? Ne, ne, war Spaß. Wurde mich abgesprochen, aber war ne geile Challenge gewesen. Ja, was ich dazu sagen muss, ist leider... Hab ich verloren. 5-1. Asianboy ist ein krasser Fußballer. Er hat Schüsse drauf. Wie ein Ninja. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Er ist krass. Wer sich mit ihm anlegt. Jeder soll sich melden, der gegen ihn ein Duell haben möchte. Wer möchte, der soll ihn anschreiben, abonnieren, schreiben in die Kommentare. Wer gegen ihn antreten möchte. Als eine Punk-Challenge. So Leute, ich wollte nochmal 5 Leute grüßen. Und zwar grüße ich Pascal Holzer, Ben Don, Prince Sale, Lars Maxx und The Beast. Also schönen Gruß geht an euch. So, schönes Spiel gemacht? Ja, ich weiß. Mich auch, ja. Und wenn ihr mehr Videos mit UNO aka The Beast sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Lasst ein Like, abonnieren nicht vergessen, aktiviert die Glocke, teilt das Video und folgt ihn natürlich auch auf Instagram. Markiere ich unten in die Kommentare. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.